Willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Videoreihe meinerseits und zwar Let's Crash Nintendo Switch eShop Games und allgemein Nintendo Switch Games. Ja und wir beginnen einfach mit Happy Animal Bowling. Das sind einfach so Spiele, die ich in eShop sehe und denke mir so, okay Alter, das sieht so scheiße aus, aber ich muss es da ja einfach zeigen, vielleicht steckt noch was Geiles dahinter. Das wissen wir ja nicht und das werden wir jetzt hier in diesem wunderbaren Game herausfinden. So, man spielt übrigens mit einem Joy-Con, das muss ich jetzt mal auch feststellen. Ich würde mal sagen, wir nehmen normal und bestätigen dann mit... Was beschädige ich denn? Oh nein, ich habe den falschen Joy-Con. Wartet Sekunde. Falschen Joy-Con habe ich. Ich muss den anderen wieder reinstecken. Naja, alles professionell hier. So. Ne Bruder, sag jetzt nicht, ich brauche zwei Joy-Cons? Ernsthaft? Aber ich habe den Joy-Con halt dann nicht bei mir. Na gut. Ja, tatsächlich. Aber man kann nicht mit dem Pro Controller spielen, damit das klar ist. Also man muss mit den Joy-Cons spielen. Ach du Scheiße, Digga. Okay, dann halte ich sie jetzt wie wie Fernbedienungen. Ja, ich würde sagen, jetzt Bowling, ne? So, es gibt zehn Level. Ernsthaft. Zehn Level. Spiel kostet übrigens aktuell zwei Euro. Also, ja. Hm. Alter, was ist das für eine Scheiße? Position festlegen. Winkel festlegen. Äh, wo ist denn da jetzt die Schwierigkeit, Digga? Willst du mich fingen? Ich mache den Spießhanden ein bisschen leiser. Alter. Alter. Oh, fuck. Falscher Winkel. Jawohl. Es könnte was werden. Ah. Yeah. Strike. Nein, nicht Strike. Alle abgeräumt. Ich sag jetzt nicht, ein Level dauert so lange. Der kann. Nein, tu nicht diesen. Der Hell. Alter. Alter. Oh, was habe ich mir da angetan? Ist doch Scheiße. Okay, pass auf. Ah, nicht so geil. Vollgas, Junge. Vollgas. Rassissier sie alle. Aber immer die zwei bleiben stehen. Hm. Das ist zwar nicht gut. Aber ich sag jetzt einfach mal Vollgas, Junge. Und bumm. Ja, also. Auch rum ist das. Also, der Kacke. Und dieses Krokodil. Digga, was machst du? Das ist auch normal. Das ist nicht normal. Ist ja normal nicht. Ja, okay. Das war Kacke. YOLO! Ja, Mann. Strike. 48. Kriege ich noch mal einen Versuch? Ich glaube schon, ne? Nein? Oh. Weil auf dem Video kommt man es, glaube ich. Aber vielleicht verzue ich mir aus. So ein Song. Müsste runterstellen. Oha. Alter, wie er sich vorhat. Ja, aber ist doch Scheiße, dass das so lange geht. Macht doch gar keinen Spaß. Digga, ist das ein Prank oder so? Äh, warum? Na, was ist denn so lange? Äh. Oh. Äh, dieser Blick. Ich kann mir diese Scheiße nicht mehr antun. Guck dir diesen Müll an. Äh, ich will das nicht. Ich hatte die Arme wie so ein Hund, Alter. Äh, der frisst doch einfach den Hasen, Mann. Oh, ist das ein Problem? Ähm, ja, komm, ja, ja. Wiii. Dein Ernst, Digga. So, Position festlegen. Ähm, ja, das war jetzt nicht gut. Nee. Nee, er haut nicht herum. Äh, das will ich da gucken, ich will die einzelne holen. Nee. Bruder, keine Ahnung, was du da gemacht hast, aber... No, nee. Na, ich meine, das ist der Hintergrund einigermaßen schön, ne? Da kann man nix sagen. Oh, leck mich. Oh, Gott. Ja, das kriege ich nicht mehr hin. Das kriege ich auf gar keinen Fall mehr hin. Oder? So. Ja! Ist so ein Scheiß, Alter. Und ich freu mich auch noch wie so ein Schneekönig. Ja, Junge, kann das nicht schneller gehen oder so? Das ist halt schon echt ätzend, Mann. Schaut sich doch kein Mensch gerne an, so eine Kacke hier. Mann, du kennst hier nicht mal deine bessere Animation? Oh, das ist alles nur Roman, ey. Gib ihm! Gib ihm, Hase! Gib ihm! Zeig ihm die Skills! Beinah. 103. Ja, das war jetzt nicht so gut, ne? Das war jetzt, äh... Das war jetzt irgendwie... Alter. Nur noch... Noch ein paar Versuche noch. Ist ja nicht mal spannend oder so. Gerade normal wäre normal. Aber ist einfach nicht normal. Yay! Du Skiller! Dieses Spiel ist eine einzigste Enttäuschung. Und das war jetzt einfach schon nach ein paar Runden. Tom Zweig! Mann, ne! Warum nicht? Ist doch unlogisch, der Herr. O Gott! Ja, komm auf! Ja, komm auf! Meine Skills sind weg, Leute! Ja, oh! Oh! Das geht's weg! Warum nur? 51! Du holst mich auf! Du könntest es schaffen! Nein! Aua! Man, diese selbe Animation auch immer. Jedes Mal. Könnte ihn best aufschneiden. Oh! Jetzt! Komm, das schaffst du! Jetzt ist doch eine gute Position! Ist doch beschiss! Alter! So, ein Geräusch macht das! So, die Position ist gut. Dann auf gerade schießt und dann einfach auf... Yolo Vollgas, Bruder! 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 Yes! Die Skills sind wieder bei der Wut! Yahoo! 120! Joa, ne! Kannst du dich nicht beschweren! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Warum ist mir auch hier so angezeigt? Hast du so... Oh, ne! Ja, der Koko, die hat auch keinen Bock mehr. Der denkt sich auch nur so, Bruder, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Ich kann nicht verstehen, mein Freund. Ich kann nicht verstehen. Oh, scheiße. Mache ich eigentlich irgendwas falsch, dass nicht alle umfliegen? Oder bin ich einfach nur der absolute Noop im Boden? Man hat drei Versuche. Oh, das sieht scheiße aus. Nein! Das geht doch ans Aus. Oder? Pura Skill! Darf ich jetzt nochmal? Komm, ich will gerne nochmal. Ich habe ja noch einen Versuch. Yay, da habe ich tatsächlich... Gib ihm, mein Hase! Gib... ... ihn. Naja... Jaaaa... Er ist ja okay. Ja, es war doch ganz okay. Na? Dieser Schwanze sieht doch aus, als hätte ich ihn irgendwie nachträglich noch rangemacht. Awaaa... Junge Kanzel. Yay! Nächstes Level. Oh, wir spielen im Garten. Nein, man sieht das schön aus, ne? Ha, ha, ha! Warum nicht? Gegen eine Kuh spielen wir auch noch? Aber warum muss ich denn immer der Hase sein? Also ja, ich zeig dir meinen richtigen Hase und so. Ja, schon klar, aber irgendwie... Awww... Awww... Aber der sieht wenigstens süß aus, wenn er traurig ist. Alter, dieser Backlip... Tu mir, was geht mit der Kuh ab, Digga? Die hat aber haftige Skills. Awww... 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 Kein Strike. Oh, oh, oh. Geh die Hose. Nein. Jetzt werden wir verlieren, wenn die einen Strike macht. Alter, wie die Kuh aussieht, Junge. Was eine Missgeburt. Du, oh, oh. Ich hab dich doch noch gelobt, Kuh. Alter, diese Geräusche, Junge. Das kannst du so machen. Nee, Alter. Dafür habe ich zwar immerhin das Geld ist mehr investiert als in Panda Hero, ne? Das muss man ja auch mal bedenken. Da waren es ja nur 20 Level oder so. Aber vielleicht lobe ich es auch einfach gerade zu früh. Dieser eine F***-Pinda, Alter. Der regt mich richtig auf. Oh. Jetzt gib ich noch mal, Hase. Zeig mal, wo der Hammer hängt. Ja, Mann. Wo kommt eigentlich die Kugel wieder raus, frage ich mich eigentlich die ganze Zeit. Gibt ja keinen Weg, wo er zurückführt. Hartes Leben. Was ist das für die Kugel mal kotzen, Alter? Das ist nicht schlecht, Kollege. Aber dann kotz mich einfach nur noch an, Junge. Was ist mit dir noch falsch? Warum klappt es denn bei mir nie, Alter? Du hast einmal das jetzt. Ja, also guckst du auch, ne? Das ist doch kacke. Oh, das war jetzt riskant. Das war scheiße. Gib ihm, gib ihm. Yeah. Das geht jetzt drauf. Mann, ey. Warum? Macht er jetzt wieder einen Strike. Boah, wir führen aber schon heftig wieder. Dieses Dua Barrow ist doch so... Ich muss sagen, immerhin sieht die Map schön aus. Schöner als vorher. Schöner als im Bauernhof. Sieht schon ganz kind aus. Warum? Das ist doch kacke, Alter. Ja, könnte belastend werden. Na, perfekt, Junge. Digga, ich mach mal was zu viele Suche an. Genau, jahoo. Vor allem, welcher Bauer erlaubt ist, dass Kühe und Hasen spielen. Vor allem, die ganze Zeit... Eeeeh... Mann, ey... Warum zögert sich das alles so raus? Not bad, Kuh. Wir machen jetzt einen Strike. Auf ihre. Auf ihre, einen Strike. Es ist doch Beschiss, Alter. Immer 9, 9, 9, 9, 9. Und dann der blöde eine, der dreckige Wuhrenpinder. Junge, das quatzt mich an. Eindeutiger Beschiss. Nein, bin doch zu schlecht. Nicht traurig sein, wenn es ein süßes Hase. Ich zeig dir bald wirklich den richtigen Hasen hier. Oh, jeet. Kleiner Cheater. Mann, ey, wenn die Geräusche nur aufführen könnten. Das ist doch echt scheiße, Mann. Ich frage mich, ob man es schlimmeren gibt als die Kuh. Aber wir werden es ja bald sehen. Nee, nee, nee. Bau den Bruder. Das ist doch... Immerhin. Immerhin. Oh, es könnte riskant werden. Es könnte riskant werden. Es könnte riskant werden. Nein. Nein. Warum nur? Alter. Ich kann mit den Geräuschen nicht klar, ne? Das fickt gerade echt mein Kopf. Mann, ey, hör auf, wenn man so... Mann, nee. Ich hab jetzt nicht abbrechen. Du kannst mich eh nicht mehr aufhören, Kollege. Das ist doch kratiker. Oh, es könnte sogar verziehungsweise... Ja, gut. Das ist nicht so das, was ich wollte eigentlich. YOLO. Immerhin einer. Das ist besser als keiner, ne? Aber ich werde nicht besser. Ich werde nicht besser. Vielleicht mache ich das wirklich mit dem falschen Winkel immer. Kann ja echt sein. Ich weiß es nicht. Komm, du willst noch fahren. Ich probiere jetzt mal was aus. Vielleicht gibt es ja wirklich einen Trick. Das weiß man ja nicht. Position festlegen. Da. Winkel. Da. Vollgas. Auf jeden Fall. Ja, gut. Das war jetzt nicht so das Beste vom Besten, ne? Dann machen wir doch lieber, glaube ich, dieselbe Taktik wie immer. Ja, gut. Ein bisschen Enttäuschung kann auch mal sein. Aber ich habe ja noch einen Trick. Einen Trick. Hä? Achso. Oh man. Ey, dieser Kuh-Schwanz. Der sieht auch richtig unnatürlich aus. Ja. Hurra. Ich bin der Wester, meine Damen und Herren. Der Hase macht eine Weltreise offenbar, um der Bowling-König zu sein. Und Strike gleich direkt. Junge, was geht es gegen den Spielchen? Gegen ein Lucky Luke-Pferd. Ist das scheiße. Ja, natürlich. Das läuft bei denen. Und, wie sieht seine Pose aus? Mann, das will man nicht, natürlich nicht. Oh. Komm, Flick um, Flick um, Flick um, Flick um. Ja, Mann. Ich sehe doch noch so augant. Guckt so. Mh, mein Freund. Ich bin der Beste, der Beste. Du kannst ja mich nicht schlagen. Ich bin Super-Rabbit. Hast du diese Skills gesehen? Waschhands heißt jemand auf der Switch. Läuft bei denen auf jeden Fall. Aber das Pferd ist eigentlich sogar nicht das beste Tier von allen, ne? Die Kuh hat mich am meisten getriggert. Komm, 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 komm. Ja, Baby. Aber die Mock ist auch ganz cool hier. Also besser als bei allen anderen. Los, mein süßer Gaul. Zeig deine Skills. Boah, Junge. Du bist der Geilste. Das Geräusch hat immer dieses. Ja, Mann. Der Hammer, Junge. Du hast es einfach drauf. Nein. Ah, warum? Na ja. Yolo. Bruder, 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 Bruder. Oh, Junge. Zeig uns mal, kleiner Hase. Er hat mir halt wohl gezeigt, wie der richtige Hase geht. Diesel Stuart Burrell, Alter. Warum hat man das eingebaut? Darf man sich das sieht cool aus oder so? Wird ja auch cool aussehen, wenn es immer nur bei einem Charakter ist. Nicht bei allen, Alter. Ich habe nie ein Pferd gesehen, der hat Dua Barrow gemacht. Durch die Erde, durch. Oder macht er das? Das muss ich mir mal angucken, aber ich glaube schon. Wo mache ich eigentlich keinen Barrow? Ah, doch mache ich auch. Junge, jetzt das ein Trash. Ach, der Nazi steckt also im Game hier. Das muss ich mir erst mal nachmachen. Du magst das Gaul mit Händen. Wann habt ihr eigentlich Hände? Nee. Das ist einfach zu viel für mich. Ich komme damit nicht klar. Nee, aber es ist sowieso programmiert, dass es nicht unter die Erde geht. Bleiben wir hin. Da muss man ja auch mal loben. Mann, ey. Warum, ey? Oh, fuck. Das war nicht gut. Das war nicht gut, oder? Das Spiel verarscht mich. Das ist doch hier einfach nur eine Verarsche. Das ist doch hier einfach nur eine Verarsche. Oh, nein. Oh, nein. Ganz langsam. Komm, komm, komm. Bruder, Bruder, Bruder. Nein. Fehlen wir eigentlich? Ich glaube schon. Ähm. Ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt. Das wäre jetzt echt ein lustiges Ende auf jeden Fall. Aber leider nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich es so langsam wie möglich schieße? Das zähle ich mir mal aus. Kann ja nicht viel mehr machen, aber was ist das? So, pass mal auf. Wir machen das so langsam, wie es so geht. Ja, Junge, wir haben so einen Vorsprung. Ist doch jetzt. Jetzt ist eh egal, was wir machen. Verdammt, war nicht das Langsamste. Nein. Ach, scheiße. Ey, egal wie fest du schießt. Du gewinnst eigentlich immer. Warum ist das so mitten? Ich habe hier irgendwas falsch. Guck, du spielst du auf. Klar. Ja, okay. Ja, ist ja egal, Junge. Junge, dieses nur fern. Warum? Warum? Winkelperfekt. Winkelperfekt. Und jetzt zeigt dir mal, wie der richtige Hase geht. Null. Oh mein Gott, die Spannung. Die Spannung steigt. Holy Crap. Ah ja. Interessant. Oh mein Gott. Wir werden es verdienen. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ah, ich will, dass es nur noch ändert. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist doch purer Trash, Junge. Wie viel Spielzeit habe ich jetzt schon? 30 Minuten gleich. Oh, Junge. Da sie mir mit meines Lebens verschwendet. Ey, und ich kann diese Plop-Geräusche auch nicht mehr hören. Mach den Scheiß jetzt weg. Junge, beruhig dich. Das fährt eigentlich ein Mann wahrscheinlich, ne? Also, sonst hätte er ja nicht diese... Bruder, was ist was jetzt los? Da habe ich den Gaul mal richtig gezeigt. Mach deine Kacke und dann ist alles gut. Bald ist der Kram vorbei. Da gibt es denn noch was in dem Game. Vielleicht habe ich ja was ganz Entscheidendes in dem Game nicht gesehen. Wir müssen es einfach nochmal angucken. Ich weiß es ja nicht. Also kann ja alles mögliche sein. Nein! Egal. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, fehlen nur hundert Punkte, ne? Ist schon schade. Ja, bleibt doch dabei. Hundert und eins fehlt dir. Hallo? Also mancher sieht das Spiel aber schon ein bisschen lange. Ach Gott, ne, danke. Ich will nicht mehr. Ja, ich möchte es echt beenden. Was kommt eigentlich danach? Was kommt da wie ein Tier? Das wollte ich mir noch kurz angucken. Was kommt da wie ein Tier? Wie das stimmt. Was könnte man da leben? Ein Zebra. Was ist das denn? Eine Ziege oder was? Das ist doch keine Ziege. Das ist ein Mischstück. Ich sag jetzt nicht, dass das so eine Ziege sein soll, oder? Das möchte ich jetzt sehen. Was ist das? Das ist doch keine Ziege. Was ist das? Ich will das nicht. Ich will aufhören. Geh weg damit. Das ist ja echt ekelerregend. Guck mal, es gibt noch den Mehrspieler. Zwei Spieler! Oh nein. Oh nein. Der Affe. Der ist verkribbelt. Leute, der Affe, der ist verkribbelt. Guckt ihn euch an. Dieser rechte Arm. Oh nein. Das ist ja... Das ist ja widerlich. Junge, ich möchte ihn spielen. Den da. Und wir spielen im letzten Level. Alter, nein, Mann. Der muss aber richtig abgehen jetzt, der Affe, ne? So, mach kein Affe! Und er ist verkribbelt. Alter, der Löwe. Ich bin gespannt, wie der Löwe macht. Scheiße. Das ist ja geil. Oh, wie macht er? Wie macht er, wenn er verliert? So, wie macht er? Ne. Leute, das war's von den Kack. Ich hab keinen Bock mehr. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal gerne eine Bewertung von diesem Trash-Game da. Kauft euch unbedingt nicht, höchstens mal 14 Cent oder so, weil das ist echt kacke und langweilig. Äh, und ansonsten, ähm, naja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ne? Auf drei bis zwei, ciao. Auf drei bis zwei, ciao.